hier ist aber noch einer woran auch immer er jetzt gestorben ist aber macht ja nichts leiter hoch haben wir denn ich will essen ich glaube wir haben noch nicht genug ein bisschen fehlt noch so macht man das so ich anders karabiner die karabiner m16 oder so was das gefällt mir okay ist es ziemlich hell ok laufen wir einfach mal nicht die sauberste art aber es hat funktioniert mp7 es ist ja nicht schlecht aus das wird mir eine neue liefing so far wir haben es gemacht wohin das erklärt natürlich einiges hallo wir können es ja machen unendliche munition während man das halt kanalisiert schon wieder tot also irgendwie ist da heute kann ich der wurm drin ich bin doch irgendwie so viel ruhiger als sonst das ist doch heute stimmt da nicht ganz bei mir so so da haben wir mal ein paar schne Stangen mit hier so 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 ump und mps wenn ich aus rumlaufen der schwarm ist BAM! Äh, Licht ist... ...da... ...Striker... Du mieses Schwein, gib mir meine Waffe wieder! Puh! Ich brauch Munition... Okay, okay, ich mach die Tür für dich auf, mein Freund! Geht hier irgendwas, Munition? Ne! Guck mal, was der Verrückte jetzt macht! Autsch! Erwähnte ich schon, dass er verrückt ist? Ich glaube schon, aber man kann es halt nicht oft genug sagen... ...So... 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 Die Musik macht mir jetzt nicht gerade Lust da drauf... ...Aber okay! Okay! Ich war doch schon mal vor... ...Es kommen ein paar Sachen, wo man sich wirklich erschreckt... ...also, passt bitte auf! Wenn das zu hart für euch ist, dann... ...ich hab lieber was anderes jetzt... ...oder überspringt den Part... ...und das ist kein Scherz... ...also, ich mein, wenn ihr wirklich von der zarten Natur seid... ...sollte die dieses Let's Play eigentlich eh nicht gucken... ...aber, äh... ...jetzt wird es auch ein bisschen gruselig und so... ...und ja, so eine kleine Vorwarnung einfach, äh... ...ja... ...ich hab's euch nur gesagt, ne? Während der Fahrt bin ich jetzt auch mal ruhig... ...ähm... ...lasst es auf euch wirken... ...am besten guckt ihr das jetzt nachts... ...mit Headset auf und so... ...und ja... ...viel Spaß! Was ist das? Komm schon! Komm schon! Don't tell me you're still afraid of the dark! Is this fun or what? Don't call Nooo! Over there! Schau mal! Darf ich mich womöglich extrem erschrocken. Also beim ersten Mal durchspielen. Schau mal! 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 We need to fight back! Where can I find the... I can't see my own eyes! These men...! They... They, they, They say it's for my own good. But everything they say is a lie Jacky! They're trying to change reality! Johnny! Are you ok? What did that door you? Ich will wissen, wo Dolfo ist. Auch bekannt als Adolf. Wo ist Dolfo? Ich will nicht mit Frank reden. Dolfo. Adolf. Sheldon. Sheldon Cooper. Da! Hallo! Es ist du wieder. Dolfo. Wenn jemand hier mir helfen kann, ist es du. Ich brauche ein bisschen wie ein Weiß. Nichts egal, was es ist. Was? Ja, ja. Ich habe Panzer-Divisionen, Messerschmitts, Battleschips. Nein, Dolfo. Ich brauche etwas hier, jetzt. Wie ein Knopf oder ein Stich. Hm. Wir müssen die Planung erst einmal beginnen. Wir müssen die Planung erst einmal. Wir müssen in der Planung des Janitor. Wir finden was, in der da. Wir müssen in der Pizza-Formation, bis wir in Paris kommen. Und nicht mit den Bolshevisten sprechen. Wenn du fertig bist, werde ich dir wieder helfen. Puzzle-Puzzle-Land! Checker-Tabakki-Assetation hat ceased zu existieren! Hey, calm down, oder gehst du zurück in deinem Raum. Stalle nicht. Adam, ich versuche, wenn du eine weitere Worte sagst. Gesundheit. Ah, genial. Da war die Szene, die fand ich schon geil. Als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Okay, ist der Hausmeisterschrank. Guck mal rein. Den kennen wir doch. Ich dachte, ich wusste, ich wusste, du... Jetzt, nicht Angst, Jacky. Ich bin nicht Angst, ich bin schuldig. Es ist über die Zeit, ey. Klass die Tür. Jetzt, schau dich um. Hallo, Monkey! Was ist das hier? Wir werden es herausfinden. Wir werden es nicht. Wir werden es nicht. Wir werden es nicht. Wir werden es nicht. Kommt, Jacky. Wir haben nicht viel Zeit. Die Schmerzen kann uns nicht hören, weil es schmerzt ist. Schmerzen, ich verstehe. Ich verstehe. Du solltest nicht. Du solltest nicht. Das ist wie die Schmerzen schmerzt. Das ist wie die Schmerzen schmerzt. Du bist tot. Du bist tot. Aber du kannst dich nicht weg. Der Schmerzen war für dich. Du kannst dich weg aus der Schmerzen. Du kannst dich nachzudenken. Du kannst dich aufzudenken. Du kannst dich weg und mit deinen Bergen zusammenziehen. Du kannst dich weg von Jenny. Du kannst dich weg von Jenny. Okay. Okay.